Prinzessin Kate und Queen Mum im Vergleich, Royal-Expertin sieht auffällige Parallelen. Prinzessin Kate zählt zu den beliebtesten Royals. Laut einer Expertin gleicht sie mit ihrer entschlossenen Art der verstorbenen Queen Mum. London, seit 2011 ist Prinzessin Kate, 42, die Frau an der Seite von Prinz William, 42. Doch für die Royal Fins ist sie weit mehr als die Partnerin des zukünftigen Königs. Bei Beliebtheits-Rankings liegt Kate stets ganz weit vorne. Daran hat auch ihre Krebserkrankung nichts geändert, der sie mit viel Stärke begegnet. Man muss darf sein, Royal-Expertin erklärt Prinzessin Kate's Beliebtheit. Auch in der Royal Family ist Kate beliebt. Sowohl König Charles, 75, als auch Königin Camilla, 77, vertrauen ihre Schwiegertochter. Und fragen sie bei wichtigen Angelegenheiten um Rat. Die Royal-Expertin Jenny Bond verrät, wie es Kate geschafft hat, derart wertgeschätzt und respektiert zu werden. Ich glaube, man muss ziemlich tough sein, um in der königlichen Familie zu überleben und Erfolg zu haben. Es muss leicht sein, sich vom hierarchischen System des Palastes einschüchtern zu lassen. Erklärt sie gegenüber dem britischen OK. Magazin. Kate wisse jedoch, dass sie eines Tages die älteste Frau in der Familie und im ganzen Land sein wird. Prinzessin Kate, das hat sie mit der verstorbenen Queen Mom gemeinsam. Bond fügt hinzu, und so hat sie das Recht, ihre Ansichten darüber kund zu tun, wie es mit der Institution der Monarchie in den kommenden Jahren und Jahrzehnten weitergehen wird. Die 42-Jährige zeige viel gesunden Menschenverstand, mit dem sie auftretende Problemlöse. Die Royal-Expertin vergleicht Kate mit einem anderen beliebten Mitglied der britischen Königsfamilie, der als Queen Mom bezeichneten Königin Elisabeth 2002, Mutter von Elisabeth II. Die Leute beschrieben die Queen-Made immer als Stahl in einem Samthandschuh. Sie war stets charmant, sanft und wurde sehr bewundet. Aber sie war auch die Kraft hinter ihrem Ehemann George VI., und im Palast zählte ihre Meinung. Ich denke, Kate hat einige dieser Eigenschaften, schildert die Expertin. Dank dieser Qualitäten habe sich die Prinzessin den Respekt der Öffentlichkeit und des Palastes erkämpft. Wir sehen sie jetzt nicht nur als Williams Frau, sondern als unsere zukünftige Queen, so Jenny Bond. Ganz andere Siebtes bei Prinz Harry, 39, und seiner Frau Meghan, 43, aus. Verwendete Quelle, ok.co.uk Verwendete Quelle, ok.co.uk